Ok Seht aus, als müssten wir durch den Liebestunnel Leute, bleibt dicht bei mir Wir sollten klären, was dicht bei dir bedeutet No homo shit Boah, das war gerade folgt am Ende noch Dass sie gerade da noch eine Witch platziert haben Wow, krass, alle Dinger sind weg Hier gab es doch gar nicht so viele Medipacks Doch, vier Stück, ich habe eins benutzt und eins genommen So, ok, da war ich zu langsam, waren die Bots schneller Boah, ich bin wieder eine Witch Hat jeder mal einen Molly? Doch, ich Gleich auf die Witch schmeißen am besten Ja, ich pürsche mich mal an Oh man Ja, hier geht es schon zur Sache direkt Aber sowas von Wo ist denn die Witch? Ich habe schon mal den Molotov ausgerüstet Ja man, sehr gut Die muss irgendwo hier sein Aber Oh, ich habe Hä, sind wir hier überhaupt richtig? Ach, guck mal, wir müssen hier glaube ich raus Links, rechts davon Da ist die Alles ist quasi ein Zementfluss, Alice Okay, okay Also mal gucken, lass mal rechts gucken Was ist die bei rechts? Rechts? Nee, rechts ist nichts Oh, nee Okay, scheiße Ich habe sie draufhalten Draufhalten Die läuft dann auf den nächsten direkt zu Pass auf Boah, ist sie brutal, Mann Boah, ist sie brutal, Mann Wow Die Witch ist crank, Mann Wundermal Ich heil mich mal kurz Du das Ihr habt ja 20.000 Medikets alle Ich gebe Coach immer so Oh nein Oh, Coach hat mich gerettet Das ging aber schnell Wie kann ich dem das denn geben? Achso Ich habe keinen Beil, ob ich richtig hier gehe, ne? Seid ihr hinter mir noch? Ja, ich versuche dran zu bleiben Ja, weiß nicht Soll ich hier rein? Na komm Schauen wir uns mal oben her Nein Coach, schaffst du das? Boah, der Coach ist so blöd Warte mal Oh, war ja klar Heftig, Mann Diese Bots sind so blöd einfach Aber wir müssen gerade irgendwie hier ein bisschen vorsichtiger spielen Ich hieße das hier gerade ganz komisch gewesen hier wieder Können wir überhaupt noch Die sind kurz vorm Sterben Wenn du deinen Schmerzmittel nicht brauchst, kannst du denen das ja geben Sonst mit rechter Maustaste Ah ja, hast du recht Okay, stimmt Ich hier zum Beispiel dem Alice, weil der ist glaube ich kurz vorm Ableben Ja, hab ich abgegeben Hat er genommen? Ja, ne? Ja, ja Okay, sehr gut Ich hier hin Guck mal So, haben wir hier Munition Wow Unnötig haben wir diesen Umweg gemacht hier eigentlich Ach nee, hier geht's hoch Guck mal Okay, vorsichtig Pass auf, hier ist ne Was ist das denn gerade für ein Shit? Ab ins Loch Warte, lass mal noch alle killen Vielleicht ein Charger auch Gut, dass er da unten ist Hm Sollen wir runter? Ja, komm 2, 2, 1 Go Ja, wow Direkt dann ist auf mir drauf Oh, wow Oh, wow Ey, die geht direkt zur Sache, man Heftig, man Scheiße, das war ein Boomer Ich seh gar nichts gerade Ich kann auch nichts sehen, aber ich zerschnetzel einfach alle mit meiner Motorsäge, die hier sind Ja, sehr gut Ah, das bist ja du Ja Verrückt, man, wie lange der ist Bist du schon mal in sowas in echt mitgefahren? Ähm, nö Ich auch nicht, wäre ich gesagt Ja, aber ich brauche das am wenigsten hier von uns Also ich geb das mal in von euch ab Ja, heil die anderen mal einfach Ja, den Alice Gibt ja alle was, ja Ich kann's nur im richtigen Moment, kannst du die abwehren, hast du gesehen? Mhm Du musst nur rechten Maus, hast du im richtigen Moment klicken Boah, wie viele Leute sind es hier eigentlich? Ok, dann lass mal weiter Da ist Bubi Und wenn man die von Weitem erwischt und nicht vollgekotzt wird Mhm, das stimmt Ah ok, dann wird das Ziel noch kleiner, ne, wenn ich mich ducke Ja Ja Was ist das für eine Waffe hier? Oh, dann nimm ich mal die hier Ähm, hier hin? Guck mal Kommt gut, gut Boah, ich dachte schon, das war sogar hier Gut Verrückt Okay, wohin jetzt? Ah, hier Ja Okay, wo sollen wir hin? Ah, lass mal hier so bleiben Hier ist glaube ich ganz gut Ja Von hier kann ja keiner kommen Doch, da kann tatsächlich jemand kommen Ach, komm mit Oh ja, ich komm mit Oh ja, ich komm mit Uah Ja Ja Komm hoch Fährt das Karussell die ganze Zeit oder was? Kann uns das auch gleich töten oder wie? Ich weiß es nicht Den Schienen nach, Jungs Ich halte hier so ein bisschen auf Ja, ich sehe es sehr gut Oh Der ist ein ziemlich dicker Der hat mich hier runtergehauen Nein, das ist der Tank Der hat alle runtergehauen von euch da oben Wow, was war das denn? Charger hat mich, scheiße Ich glaube wir sind alle dead as fuck Ja Charger hat mich gepackt hier oben Nein, Alice lebt noch Wir müssen Alice beschützen Nein Ich kann Oh nein Das war Ich wollte von so einem Charger erwischt Ich konnte dann gar nichts mehr machen Okay Also wir sind echt Low Bob unterwegs mäßig Naja Wir müssen gleich gucken Dass wir wenn wir beim Achterbahn sind wieder Dass wir unten stehen bleiben Als Team zusammen Und obwohl Wir müssen den Alarm ja eigentlich ausschalten Wir müssen doch voran gehen Komm ich heil dich mal Obwohl du hast selber noch Ach stimmt tatsächlich Ich habe eins Ja genau Okay, dann lassen wir jetzt hier Am Liebestunnel so einigermaßen durchrushen Also natürlich vernünftig Aber wir wissen ja ungefähr jetzt wohin Ja Wir können die Achterbahn Gerade eben hat uns gebumst Ist die Witch noch da jetzt eigentlich? Ja das ist nur auf normalen Ja Ja gut Du musst dir auch bedenken Wir sind älter geworden Die Reflexe sind nicht mehr so geil Na sicher Wir sind keine elfjährigen COD-Kädis mehr Nein Leider nicht Leider nicht Sage ich Aber krass Gerade war hier keine Witch Also ich glaube Dass das schon Manchmal so ein bisschen Random generated Ich glaube auch Da darf ich jetzt Der Tank hier Ja Schießt Leute Er hat mich Der ist mir hier lieber Als nachher bei der Achterbahn Ja Leute Ich schieße alles Was ich habe auf den Ich bin jetzt tot Ich habe echt Ich habe glaube ich Zwei Munition Auf den Munitionspakete Verballert Er hat mich hier voll In so eine Ecke gedrängt Ich konnte gar nicht mehr weg Boah Musst du wieder bei dem was machen Damit er dich am Leben lässt Ja Und du hast dabei zugesehen Weil das so voll fand Musstest du seinen Dicksacken Oder wie Ja ja Du hast zugesehen dabei Ja aber lass mich So Boah ich muss mich mal heilen Sonst kann ich gar nicht schnell laufen Ja tu das mal Ich bin ja hier oben Hier ist ja noch relativ Guck mal dafür ist jetzt hier ruhig Gerade eben war ich hier voll die Action Hast du noch genug Munition Hier ist welche Ich komme Warte pass auf Lass mich da bleiben direkt Und die killen Ich komme Ja, die Waffe braucht man nicht, oder? Nee. AK gefällt mir besser. Okay, hier, vorsichtig. Ich habe einen Moller drauf, dann schmeiß ich mal rein. Wow, ich schmeiß ihn mal rein. Sehr gut. Und hier ist noch so ein... Ey, wer ist denn hier? Passt aber hier aufgeräumt schon bei unten. Charger töten, ne? War cool, dann lass mal runter. Perfekt. Wieso muss das? Schauen wir mega viel aus. Verklauen, ne? Ja. Staff, guck mal hier. War ein Mitarbeiter von hier. Ups. Scheiße, bin voll mit diesem Drecksteug! Scheiße, Scheiße! Los aus dem Schleim! Oh nein. Okay, die Witch ist hier. Lass mal hier was, was hier nochmal? Ach, hier müssen wir glaube ich hören, ne? Super! Waffen! Waffen! Da ist die Witch, pass auf. Hier links direkt. Wir können aber an der vorbei, wir müssen nicht. Wir lassen langsam an der vorbei hier, so geradeaus durch. Haben wir hier keinen, äh... Ah, okay. Okay. Also wir müssen da jetzt ein bisschen, also... Sein... Da hinten ist vielleicht noch was. Wow, wow, ich hab' gepackt. Scheiße. Uh. Warte. Was für ne Waffe? Okay. Okay, boy. Jetzt, äh... Da oben ist ein Charger. Siehst du da? Oh ja. Ich weiß nicht, ob das der war, der mich vorhin, äh... Fälsch gemacht hatte. Yo. Sorry, ist doch mein Fehler. Yo, yo, Corny. Scheiße. Ich glaube, bei dir hier drin ist doch sicherer. Kommst zu mir. Lade nach. Lade. Lade. Okay. Gleich geht's Alarm los, ne? Lade nach. So, erstmal alle töten, die hier so rumstehen. Okay. Wenn wir das jetzt betätigen, dann ist, äh, Action, ne? Ja. Mach mal. Ich tue es einfach. Und dann lass hoch direkt. Lass direkt hier... Ach so, das Ding geht jetzt auf. Oh. So, jetzt. Okay. Lass zusammenbleiben jetzt hier oben. Lass auf den Tank achten. Ist das so hinter mir? Ah, ich frau mir schon. Ja, ich frau mir schon. Ja, die Bots müssen halt mitkommen, ne? Wäre ganz geil. Ich hoffe, der Tank kommt jetzt nicht. Das wäre wieder, äh, Scuffy. Okay. Pass auf, gleich kommt irgendwo ein Charger da vorne, ne? Wer hat mich vorhin voll rausgekickt hier? Bist du hier noch? Wollen wir einfach mal durchrennen und versuchen das Ding anzuhalten? Ja, komm. 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 Ja, das ist natürlich geil mit deiner Kettensäge. Pass auf, der Jockey. Doch, auf, fuck. Fall bloß nicht runter. Ich halte das Karussell an. Ja, komm. Ich bin hinter dir. Wow. Ich habe das Bein gebrochen. Pass auf. Oh, wir kommen wieder hoch. Wir müssen weiter hoch. Komm. Achtung. Achtung. Dann gehe ich. Hol mir Muni. War ja nicht geholt. Verdammt zu scheiß. Nein, ist egal. Wir müssen hier hoch. Komm. Ey, ihr müsst hoch. Wo seid ihr? Warum kommt ihr nicht? Ja, wo bist du denn? Hier. Einfach weiterlaufen. Wir müssen weiterlaufen hier. Ich dachte, wir wollen durchlaschen. Ja, ja. Chillt da so. Ja, was heißt chillen? Also. Ja. Ich war halt mit der Gruppe. Oh. Bin ich nicht deine Gruppe bohren? Ja, so. Du siehst ja so. Die Bots, die retten mich zumindest manchmal. Ich habe dich gerade richtig gerettet. Eigentlich. Ne, ich mache Fun. Hehehe. Ja, funny guy. Also, weil wir sind da oben. Da vorne ist er schon. Weil die kommen die ganze Zeit die Zombies. Weißt du? Die müssen einfach nur so schnell wie möglich dahin kommen. Ob nicht runterfallen. Ich bin gleich da, Boy. Bist hinter mir? Ja, ja. Da verpäst dich doch. Oh, ich wurde wieder hier von so einem Fucker geschnappt. Okay, aus. Wow, diese Olli hat mich hier nervt hier. Bist du unten? Ja. Shit. Aber du bist safe da, ne? Ja. Okay. Dann müsst ihr wieder hochkommen. Jockey. 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 Das war ich. Guter Schuss, Coach. Ja. Verhalt euch am besten. Weil nicht, dass ich gleich gepackt werde. Ich komme mich hingegen so ein bisschen. Ich sterbe hier jetzt aber. Echt jetzt? Ich komme. Brauchst du irgendwas? Ich komme, ich gebe dir mal Dings. Warte mal hier. Oh, super. Das hilft mir ein bisschen weiter. Merci, merci. Also du hast Leben verloren beim runterfallen, ne? Ja, ja. Ja, mich hatte so einer mit der Zunge da geschnappt. Ach, scheiße. Handtau, ich glaube. Ne. Weiß ich gar nicht. Wie ich gesagt. Zungi. Zungi, genau. Ja. Weißt du, wo wir hin müssen? Vielleicht hier lang, oder? Wo? Hier oben lang. Achso, ja. Das kann so sein, ja. Oh, ich habe ein Medikit gefunden. Genial. Echt? Sehr gut. Da ist safe schon sogar. Guck mal. Gott sei Dank, ey. Ja, ist echt so. Puh. Kommt rein, Jungs. Lass mal hier erstmal alles. Okay, macht zu. Wem hat er dich? Nein. Nein. Ich brauche Hilfe. Hey, ich brauche Hilfe. Hey, ich brauche Hilfe. Das ist nur ein kleiner Schatz. So, jetzt aber. Los jetzt, da draußen und rein hier. Kommt, kommt, kommt. Oh, nee. Ist noch ein Charger hier. Ein Coach, man. Boah, ist die Waffe scheiße. Komm, Hilfe, mal hoch. Komm. Jetzt wird's ernst. Es kommt verdammt nochmal hier rein, ey. Wieso, ne? Hey, jetzt ist es schon mal. Alter Schwede. Ich brauche echt Hilfe. Boah, Killer. Boah. Ja. Tank schlechter wieder. Der Tankboy. Okay. Was haben wir denn hier so? Hä? Achso. Bisschen anders aus der... Na, hä? Oder sah auch grad so aus? Der sah genau so aus eigentlich. Okay. Gerade ein bisschen hohes Kaff bei mir. Ach, das tut gut. So, äh, hast... Gibt's noch ein Medikit? Wie, 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 wie teilen wir uns jetzt? Soll ich das nehmen? Hier ist noch eins. Nimm das, ja, ja. Ah, der Alice, guck mal. Der ist mehr verwundet. Aber egal, ich nehme das dann eher. Oder? Will ich das ihm geben? Ja, denke ich auch. Also, nimm du das lieber erstmal. Ne? So, okay. Und hast du denn den Clown schon hier? Den Clown egal. Ja, kill erstmal alle. Mhm. Wow. Oh, okay. Jetzt geht's hier los. Wieder safe room. Aus der Schuss... Oh fuck, sorry. Ich war jetzt in der Schusslinie. Nicht schlimm. So. Die Survival-Dudes. Na? Ich glaube, das ist der letzte Abschnitt. Und gleich müssen wir wieder irgendwas betanken oder so. Die Brozo Survival, äh... Co-op Guys. Ja. Ich würde gerne Rust oder Seven Days to Die noch spielen zusammen. Das wird, glaube ich, ganz lustig. Kennst du das spielen? Ja, das... Ja, flüchtig. Okay, was ist hier? Oder DayZ. Kennst du noch DayZ, dein Lieblingsspiel? Ja, sicher. Ja, ich hab das noch sogar. Echt? Oh, krass. Warum hab ich keine Muni? War ganz zu kackeln. Irgendwie ist was schickgelaufen bei mir. Ja, mach ich bisschen Nahkampf. Ne Gitarre. Ne Gitarre, geil. Wow. Schon brutal, die Ankert Version. Mhm. Durch den Autoscooter. Durch den Autoscooter. Okay, noch nicht. Okay, da ist die Witch. Ah, da bist du ja. Mhm. Wow. Alter. Ich dachte, der war tot. Scheiße. Da ist die Witch. Lass langsam an dir vorbei. Oh, die hatte ich bemerkt, Alter. Oder? Nein, nein, nein. Alles cool. Ja, die waren ein bisschen am Zickens. Oh, jetzt echt. Boah, wir müssen die jetzt töten, sonst. Das war knapp. Jo. Ich könnte mal hier das. Äh. Ich kann auch, äh. Ich hab gar keine Medikin. Doch, ich hab noch eins. Du brauchst auch selber ein Medikin. Achso. Ja, ich mach dich gleich. Ja, der brauchte erst dringend. Wenn es gleich soweit ist, dann mach ich es dann bei dir. Wow. War das schlecht. Samurai Künstler. Samurai. So. Ich wollte gucken, wie viel aushält im Nachkampf. So. Wär gut, wenn wir hier einfach Munition finden. Na. Ja. 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 Hast du auch keine Munition, oder wie? Ja. Sechs Schuss hab ich noch. Hier ist eine Rohrbombe. Willst du nehmen? Yes. Rohrbombe. Äh. Mach ich hoch, oder wie? Hm. 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 Ich glaube nicht. Adrenalinschuss. Ist da nix? Nee, hier ist nur Adrenalin. Pass auf, boah, hier ist ein Tank. Oh, fuck. Und ich hab nur ein Katana. Ja, ich auch. Schmeiß die Rohrbombe, boy. Ja, ich auch. Ja, ich schmeiß. Aber der ist nicht gerade beeindruckt. Ich schmeiß Molly auf ihn. Ich schmeiß Molly auf ihn. Fuck. Ich hab mir einen Brand gesetzt zumindest. Und mich auch. Ja, scheiße. Der ist tot, oder? Ja. Ich komm runter. Oh, ich verbrenne hier, ey. Ja. Sorry. So, wir machen. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt. Scheiße. Der scheint ja so. Ja, ich hör's. Oh, damn, die Zombies. So, okay, okay. Der hat für dich. Das war, oh. Das war gerade natürlich ein bisschen, ähm, ja, ungeil, dass er plötzlich kam, ey. Kannst du mich mal heilen? Ich bin kurz vorm Ableben. Ja, stimmt, stimmt. Hast recht. Wenn die, wenn die Leben so halb durchsichtig sind, dann verlierst du die mit jeder Sekunde, ne? Ach, echt? Falls du das noch nicht gemerkt hattest. Ah, okay. Ich war doch nie so tief unten. Ja, alles klar. Du bist so ein Gestank. Müssen sie noch ziehen? Ich krieg von dreckigen weißen Anzug, der euch trinkbar gewaschen werden müsste. Doch, wir müssen weiter. Durch die Tür. Hier durch die Tür. Ich glaube, hier ist ein Medikit. Dann mach ich mal Coach mit, äh... Oh, Waffen. Ich nehm mal Molotov-Split. Coach, bleib doch mal stehen. Wow, dieser Coach ist grad so... ...so hyperaktiv. So, jetzt sind wir alle wieder fit. Wow, also hab ich deine Waffe grad. Ah, yes. Nice. Good boy. Wow. Der kam aber richtig... Der kam aber richtig tricky vom Dach runter. Ja. Ob ich eines Kunde nicht hingeguckte, dann... ...de Bosch oder eins. Danke. Hm, cool gemacht. Oh, Alter. Ah, da. Okay. Hab mich schon gewundert, aber es renkt mir zu ruhig grad hier. Da ist ein Charger. Da ist ein Charger. Wie gut, dass er da unten da ist. Da ist ein Medikit. Wer nimmt sich das? Ich glaube, ich gönne mir das mal. Zack. Okay. Hier ist ne Rohrbombe. Wir nehmen die sonst mal mit. Ja, hier ist... Weil es mal bremslich wird. Okay, hier ist Muni. Hier ist Muni. Ich hab grad ein Medikit noch mitgenommen. Wo ist Rohrbombe? Aber... Hier bei mir. Jo. Muni brauche ich. Muni ist da oben. Da. So, sehr gut. Nice. Ja, mach mal auf. Okay, wo sollen wir hin? In die Ecke am besten hier. Welches Tor geht dann jetzt auf? Das hier, oder was? Ja, aber... ...fucking langsam. Ach ja, ich seh's, ja. Die Gedärme, wie die sie rausfliegen. Sieht echt geil aus. Na? Für so ein altes Spiel. Heftig, ne, man? Letzt von der 3 wäre mal ein Mega. Mhm. Ja, da hoffen ja Fans schon seit Jahren drauf. Genau. Genau wie Half-Life 3. Genau. Obwohl Half-Life 3, würde ich sagen, ist noch ein Tick begehrter. Ja. Ja, können wir sie machen, auf jeden Fall. Oh, hier ist ein Tank, glaube ich. Pass auf, oder? Ja, ja. Ja, ich weiß nicht. Hier ist, ich seh grad nix, ey. Ohne Scheiß. Ne, das Charger nur. Wow. Sorry, boah, ich bin grad so schlecht hier gerade. Und dann noch ein Splitterkotz hier hin. Wow. Oh. Boah, ich rette dich. Ich hatte das komplette Paket hier gerade. Ich warte nur kurz, dass die Kotze weg ist. Ah, die Bots, die hier regeln. Oh, ich muss beeilen. Ich bin tot. Wo? Liegst du ja immer noch? Ich dachte, die Bots helfen dir. Ja, ne. Also, die waren grad auf dem Weg zu dir. Ich hab hier, ich... Also, ich hab das Gefühl, die Zombies gehen nur auf mich drauf hier gerade. Boah, ich heil mich eben. Gibt nicht mal Deckung. Oh fuck. Ich muss mich selber gleich heilen. Wo liegen die... Wo liegen die fuckboys? Ich muss mich heilen. Ich hab ja nochmal Munition, dann komm ich. Ich muss mich heilen gerade. Ja, wir hätten eine Rohrbombe schmeißen können gerade oder sowas. Scheiße, ey. Ja. Jetzt ist es zu spät, oder? Ich denk schon. Also, grad eben war ja... Ging ja wirklich die Poster. Fuck, ey. Sowas ärgert dann einen. Man, wie viel kommt denn noch? Entspannt euch mal. So, jetzt glaube ich... Wollen wir hier dann nochmal Munition nehmen und dann... Können wir ja... Okay. Von unten geht auch. Cool. Ich glaube, ich heil mal Alice. Mir geht zwar selber nicht so gut, aber... Okay, ich schmeiße Rohrbombe. Die gehen mir auf die Nerven gerade hier. Ey, der Idiot. Gerade eben war der mich die ganze Zeit dann beschieben. Was war das denn? Geil. Ich lege die ganzen Arme dahinten durch die Luft. Ich war der gerade am heilen und der hat mich währenddessen beschossen, der Idiot. Ach so. Was geht hier ab, ey? Übel, ne? Hast du noch eine Rohrbombe? Ne, ne? Ich habe einen Molotov. Ich glaube, ich werde dann mal los. Das ist ganz heftig nervig gerade, so wie viele gerade kommen. Boah, ich bin auch fast tot. Wir haben aber nichts mehr, ne? Ne. Sorry, ich hätte sich ja geheilt. Aber lass versuchen weiterzukommen. Safe rum oder so. Kommt, genau geht man vor, bisschen. Die waren hier immer noch mehr. Ich halte mich mal jetzt ein wenig hinten, sondern ich habe so. Abgeschaft bin. Ja, ja. Das ist noch Tanker, dann ist Jackpots hier. Kommen Sie nicht also. Oh, ich muss ja warten, sonst. Wow, Mann. Zwei Meter zu zweit nach vorne gegangen, direkt will ich gebumpst den. Heftig, Mann. Krass. Ist das immer schon so? Naja, leichter wird es jedenfalls nicht, das kann ich sagen. Danke, danke. Oh, Mann. Wow. Ich sehe nichts. Warte, bis wieder mal raus. Ja. Ja. Nicht, dass wir durchrushen müssen, weißt du das? Weiß ich jetzt nicht. Das ist die Frage. Sollen wir es einfach mal wagen? Lassen wir es weiter nach vorne, weil es scheint nicht weniger zu werden. Ich habe auch keine Munde mehr. Wow. Wow. Ja, ich bin aber nie jetzt jemand. Auf, mir ist jemand. Du musst mir helfen. Ja, ja, ja. Lassen wir weiter nach vorne drücken. Okay, ich versuche durchzukommen. Vielleicht müssen wir einfach durchrushen. Weil das wird nicht weniger gefühlt. Oh, der Save from. Wer ist das schon? Scheiß Save from. Fuck, 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 fuck. Nicht sterben, nicht sterben. Nicht sterben. Ich gebe mein bestes Mann. Nein. Oh, nein. Jetzt müssen wir das wieder von vorne spielen. Ach, aber wir hätten einfach durchrushen können, ey. Ja. Oh, fuck. Ich war fast drin. Aber ich weiß nicht, ob das was gebracht hätte, wenn nur ich drin gewesen wäre. Jetzt von dem Save Point wieder. Boah. Das ist heavy. Naja. Aber zumindest wissen wir, dass wir uns da jetzt gleich durchcampen müssen. Ja, Mann.